Hast du Angst in dem Moment? Schon. Ich hab halt Angst, dass er mich dann beißt. Und die Angst ist total berechtigt. Also jeder, der an der Stelle keine Angst hat, der hat leider keine Ahnung. Also Enja kann das saugut einschätzen. Also völlig klar, da ist ein erwachsener Hund, der macht sich steif, der knurrt. Und also wenn du dann keine Angst hast, dann hast du auch kein gutes Bauchgefühl. Ich finde, dass Enja das saugut macht.